Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute steht für euch Pull an der Tagesordnung. Und zwar, ich hoffe ihr habt das Video zur Erstellung eines Trainingsplans und auch das Basisvideo, wie ich zyklische Hit-Push-Pull-Beine in der Grundidee strukturiere. Weil heute geht es ein bisschen weiter ins Detail. Heute möchte ich mit euch besprechen, wie ich so eine Zweier- oder Dreier-Rotation an Pull-Workouts aufstelle. Wenn wir uns jetzt den Rücken anschauen, wobei Pull bezieht sich natürlich nicht nur auf Rücken, ich fasse, wenn es um Pull geht, den Rücken, dann auch die hintere Schulter und den Nacken und den Bizeps als Oberkörper-Pull- und Zugmuskeln heraus und kombiniere diese zu einem Workout, weil natürlich die selben Muskelketten in der Bewegung sind, die sehr, sehr gut zusammenspielen und auch gut zusammentrainiert werden können. Jetzt ist es so, wenn wir uns den Rücken hernehmen, dann haben wir doch einiges an unterschiedlichen Muskeln am Rücken beheimatet. Wir haben den Trapezius, wir haben Anteile der Schulter, die hintere Schulter, wir haben die Rhomboidee, wir haben Teres Major, Teres Minor, wir haben den Rückenstrecker, wir haben natürlich als ganz wesentliches Bestandteil des Rückens den Latissimus. Sprich, wir sehen schon, wir haben da viele unterschiedliche große und kleinere Muskeln, die man auch in unterschiedlichen Winkeln und mit unterschiedlichen Übungen trainieren sollte, um ganz einfach eine gleichmäßige und gute Rückenentwicklung zu erlangen. Das heißt, eine Grundidee oder eine Grundvoraussetzung, damit ich so ein Pull-Workout gut aufstellen kann, ist, dass ich einmal den Rücken und die hintere Seite des Oberkörpers bei mir selbst oder wenn ich so einen anderen mache, wirklich analytisch anschaue und einmal schaue, wo hat der in seiner Rückseite seine Stärken und wo hat er seine Schwächen. Weil das ist natürlich für die Trainingsplanerstellung des Pull-Workouts was ganz was Essentielles. Habe ich eine Stärke im Nacken-Trapezius-Bereich, wie sehr, sehr oft der Fall ist. Habe ich einen starken oberen Rücken, aber schwächelnde Latz. Habe ich einen brutalen unteren Rücken, habe ich eine ganz, ganz starke, massive Rückenstrecker. Dafür dünnt mir der obere Rücken aus. Auch das ist eine Möglichkeit, die es gibt. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn wir ein Pull-Workout zusammenstellen. Was für mich auch immer eine Rolle spielt, ist, was ist das optische Ideal, das man erreichen möchte. Men's Physik, Klassik Physik, ist so eine Sache, wo ich vor allem im Rücken-Workout darauf achte, dass ich nicht zu viel oder nicht zu große untere Rückenbelastung habe. Ganz einfach, weil in den Vierteldrehungen, wenn ich mir von der Seite eine Vakuumpose anschaue, ein zu extrem ausgeprägter unterer Rücken und Rückenstrecker, die fünf Zentimeter hinten rausstehen, natürlich vor allem von der Seite, die Taille verbreitern und das dann, was ist, auf was ich achten möchte, dass das nicht der Fall ist. Sprich, neben den symmetrischen Schwierigkeiten oder Problemen, die man selbst oder der Athlet mitbringt, spielt für mich in der Zusammenstellung des Pull-Workouts auch die Klasse, in der ich starten möchte, eine Rolle. Wenn der untere Rücken nicht zu ausgeprägt ist beziehungsweise er in der offenen Klasse startet und es geht darum, Fleisch draufzupacken, dann sind wir eigentlich schon in medias res, dann habe ich zumindest in einer Rotation komplettes Kreizheben drinnen. Das heißt, wir haben ja drei unterschiedliche Pull-Workouts, warum und wieso, habe ich eigentlich im letzten Video schon beschrieben und wir haben dann dementsprechend in einer dieser drei Workouts auf alle Fälle Kreuzheben drinnen. Als erste Übung schwer ausgeführt oder wenn der Rückenstrecker schon eher dominant ist und die will es trotzdem als Gesamtrückenübung drinnen haben, auch oft als letzte Rückenübung mit einem Restpausssatz und höhere Wiederholungsanzahlen. Das heißt, das ist für mich so eine Basis des Kreuzheben, um das ich das Rückentraining oft gern herumbaue. Die nächsten wesentlichen Komponenten vom Rückentraining sind für mich, dass ich natürlich darauf achte, dass auch der obere Rücken und der Trapezius genug Belastung abkriegt und zwar in zwei Zugebenen. Das heißt, ich schaue, dass ich in jedem Rückentraining, in jedem dieser Pull-Workouts, einen Zug von vorne habe, wo die Ellbogen auf Schulterhöhe sind bzw. was den Nacken betrifft, wenn der ein Thema ist, auch einen Zug von unten wie Shrugs drinnen habe. Natürlich ist es wesentlich, dass ich in einem Rücken-Workout eine Bewegung zumindest für die hintere Schulter drinnen habe, sprich eine fliegende oder eine Rare Butterfly oder welche Übung auch immer für die hintere Schulter mit Ellbogenebene oben. Und dann natürlich essentielle Latissimus-Übungen, wie jetzt zum Beispiel ein Low-Row, wie jetzt zum Beispiel ein Lat-Ziehen oder auch Überzüge und dergleichen. Von der Übungsauswahl, wie schon eingangs gesagt, hängt es ganz stark davon ab, was sind die individuellen Stärken und Schwächen im Rücken. Wenn wir jetzt von einem ausgeglichenen Rücken hergehen und ich mache eine Dreier-Rotation, dann schaue ich, dass ich in weiterem Sinne auch alle Anteile des Rückens gleichmäßig trainiere. Wenn wir das jetzt anhand von einem Beispiel durchgehen, dann nehmen wir einmal Pull 1 raus und sagen Pull 1, erste Übung, Kreuzheben. Heavy Sots, Lower Sots, Sache erledigt. Als zweite Übung würde ich jetzt, weil ich Kreuz gehoben habe, nicht unbedingt an diesem Tag dann zum Beispiel ein freies Langhantelrudern dazugeben, sondern da würde ich jetzt zum Beispiel eine High-Row-Variante für Dichte im oberen Rücken als zweite Übung draengeben. Nach dem High-Row in der Ebene oberer Rücken passt wunderbar dazu ein Sitzen-Kabelruder mit einer schönen Lat-Aktivität, dazu noch Lat-Ziehen, entweder isolateral oder Lat-Ziehen zur Brust mit schöner Schulterblatt-Aktivität, ein Low-Row noch dazu und der Rücken hätte dann eigentlich in Pull 1 schon genug. Dazu eine Übung oder maximal zwei, eher eine für die hintere Schulter, ein bis zwei Bizeps-Übungen noch dazu. Wobei beim Bizeps würde ich immer darauf achten, dass ich eine Übung habe, die wirklich für den Bizeps ist, sprich eigentlich Konzentrations-Curls, Scott-Curls, Spider-Curls, die ich großartig finde und der zweite Übung auch für den Brachialis, also Hammer-Curls oder Reverse-Curls. Damit wir die einzelnen Tage durchbesprechen, einigen wir uns jetzt darauf, dass wir Rare Butterfly machen, als eine Übung für die hintere Schulter, dazu noch Scott-Curls und Reverse-Curls. Wenn der Nacken eine Schwäche ist, schau das auf Kahnvollen noch einen Satz Shrugs mit einem Rest-Pause-System dazu zu machen. Also nur einen Satz, unter einem Rest-Pause-Satz verstehe ich folgendes. Ich schaue, dass ihr die vorgegebene Wiederholungsanzahl erreicht, 12 bis 15 zum Beispiel, arbeite bis zum absoluten Muskelversagen in diesem Wiederholungsbereich, lasst das Gewicht in der entspannten Lage, also ich lege es nicht ab, sondern halte es in den Händen, atme dreimal tief durch, zwinge mich zu weiteren Wiederholungen, atme dreimal tief durch, das mache ich so lang, bis ich mich keinen Zentimeter mehr bewegen kann. Pull 1 ist Geschichte. Beim Pull 2 würde ich jetzt hergehen und würde mit einer anderen Verbundübung, mit einer schweren Verbundübung, als Kreuzheben anfangen, nehmen wir Langhandelruderuntergriff raus, so wie es der Jets wunderbar mit einem Lattfokus ausgeführt hat, als erste Übung, als zweite Übung dazu, wieder eine mit Zug in den oberen Rücken rein, machen wir jetzt Kabelrudern, sitzend hoch, breiter Griff, als dritte Übung wird gut passen, wenn man eine Überzugmaschine hat, oder Seil, also am Kabelturm Überzüge, damit wir eine Bewegung auch dabei haben, die den Bizeps komplett rausnimmt, und dich schön den Rücken belasten kann, und dann noch eine Lattzugbewegung, Klimmzüge im Untergriff zum Beispiel, oder wieder eine Lattpulldown-Variante, oder Lattziehen im Untergriff, und der Rücken hätte an diesem Tag schon wieder genug. Hintere Schulter wieder dazu, wir haben beim letzten Mal Reverse Butterfly gehabt, diesmal machen wir ein frei vorgebeugtes Sideheben für die hintere Schulter. Für den Bizeps nehmen wir diesmal Spider Curls, und Reverse Curls als Abschluss. Dadurch, dass wir diesmal, wir gehen wieder davon aus, wir brauchen mehr Nacken, Kreuzheben nicht dabei gehabt haben, was ja schon eine große Nackenbelastung gehabt hat, gehen wir zu Longhandel Shrugs, und machen zwei Sätze Longhandel Shrugs, in unserem normalen Heavy und Lower Chamer. Das war Pull 2. Jetzt kommen wir zu Pull 3. Pull 3 möchte ich jetzt anfangen, das erste Mal, weil das habe ich in den anderen Übungen nicht gehabt, mit einem Zug von oben. Also, V-Griff, Latt Pull Down. Erste Übung, Zug von oben, Latt Focus, wunderbare erste Übung, um in das Training reinzukommen, und auch anders gewichtet, als die anderen beiden Workouts. Als zweite Übung wird jetzt wunderbar dazu passen, eine Low-Row Variante an der Maschine, also eine wunderbare Low-Row. Face Pulls wäre jetzt eine Übung für den oberen Rücken, und für Teresmaio Mino, hintere Schulter, dieses ganze Paket, ähnlich wie eine High-Row. Als vierte Übung würde ich jetzt Depa-Rudern noch dazu gehen. Depa-Rudern wäre auch eine Möglichkeit für Pull 2 als erste Übung, also eine schwerere Verbund-Ruder-Übung, diesmal zum Abschluss der Rückenübungen dazu. Hintere Schulter würde ich trotzdem noch einmal isoliert trainieren, die kann man eigentlich fast nie zu viel machen, jetzt mit Reverse-Cable-Fleys, eine wunderbare Sache. Für den Bizeps machen wir wieder Hammer-Curls, diesmal am Seil, Brachial ist diesmal vor Bizeps, damit wir wieder eine andere Reihenfolge drinnen haben, und danach noch Konzentrations-Curls. Sache erledigt, wir haben drei Pull-Workouts durchgemacht, relativ einfach strukturiert, darauf geachtet, dass wir an den drei Tagen unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber trotzdem, wenn man alle drei Workouts zusammenzieht, alles recht gleichmäßig trainiert. Wenn ich jetzt Rückendefizite habe, und zum Beispiel der Latte-Fokus ist, dann stelle ich immer die Latte-Induzierung, also die Latte-Schwerpunktübungen am Anfang, und die anderen Übungen hinten noch, und so strukturiere ich das. Was ich noch vergessen habe, was auch eine wunderbare Sache ist, natürlich für den unteren Rücken kann man ja nicht nur Kreuzheben machen, man könnte als Kreuzhebe-Variante da auch Rack-Deads machen, beziehungsweise Hyper-Extensions, wirklich für den Rücken ausgeführt, auch wunderbare Art und Weise, wie ich in diese Region mehr Qualität reinbringe. Ja, das war eigentlich schon alles, was man zur Erstellung eines Pool-Workouts in der Basis erzählen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt eure Lehren daraus gezogen. Schreibt mir eine Meinung in die Kommentare, und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.